Ja, schönen guten Tag miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe einen kleinen Geheimtipp für euch und zwar Deathly Stillness. Das ist, keine Ahnung, irgendwie gratis im Steam. Kein Plan, aber irgendwie mit dem chinesischen Titel und ja, ich schaue doch mal durch Steam Games durch, aber auf das bin ich doch noch nie gestossen und jetzt habe ich das per Zufall gesehen und also nice. Ich denke, wir starten einfach mal, zum zeigen natürlich auf easy. Dann haben wir da schon fünf Maps. Einfach fünf Maps. Nehmen wir jetzt einfach mal die erste Highway, Next. Dann können wir uns da einen Charakter erstellen. Natürlich halt im China-Style teilweise, da Kleider, alles Mögliche und so. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Dann haben wir da Knarren, wo wir sogar ausrüsten können. Alles. Zwar nur drei, aber immerhin. Ich nehme jetzt mal, ähm, was nehme ich? Scar, Scar, Charlie und Red Dot. Nice. Und Start. Und muss echt sagen, ich bin positiv überrascht. Es ist zwar nichts krasses mit Story oder irgendwelchen krassen Missionen und so, aber es macht Spass. Es macht einfach Spass, so verzwischen dienen. Einfach mal reinhauen. So, da sind wir. 30 Zombies killen. Let's go. So, wir haben irgendwie ein Ego-Sicht. Leave. Setting. Controls. Input. Aim. Backroom. First. Third. Mid. Top. Okay. Top. Top. No. Top. Nice. Okay. Here we go. Einfach ein bisschen Ziel-Training. Ein paar Headshots verteilen. Dort ist auch noch einer. Oh, und das wäre der Licht. Einfach schön, gemütlich. Kämpfen wir uns jetzt hier durch. Oh, hier vorne ist noch ein Decken. In Decken brauche ich ein bisschen mehr Kugeln. Wunderschön. Wunderschön. Und wenn sie dich sehen oder dir genug nahe sind, dann rennt sie auf dich zu und das schütte ich weg. Ich habe jetzt natürlich auf Easy eingestellt. Einfach, um euch das zu zeigen. Aber wie ihr seht, simpel, oder? Es läuft super flüssig. Es sieht relativ gut aus. Ganz hinten dort. Jupp. Wupp. Und keine Ahnung, das Game habe ich einfach für Zufall entdeckt. Aber auf Easy ist schon gerade ein bisschen super easy. Man, ich mache dir gar nichts. Ah, durch den Haken schiessen kann man nicht, hm? Rausiger. So, noch elf Stück. Kein Problem, kein Problem. Grusiger. Upp. Upp. Fucking Headshot-König, Mann. Yeeeah. Und zeig dir das Köpfchen. Ah, das ist wieder ein Decken, hm? Oh, der macht wohl etwas. Oh, der macht wohl etwas. Brass. Aber easy ist wirklich super easy, Mann. Die sind. Sie sind schon tot, Mann, bevor sie mich sehen. Ah, aus der Hüfte geht nicht ganz so gut. Aber immer noch super easy. Der hat ein Atomzeichen an sich. Keine Ahnung, was das bedeutet. Da hinten hat es noch eins. Also wird da noch ein Zombie sein wahrscheinlich. Gehen wir doch mal schauen. Uuund. Bumm. Ha. Nice. Ja. Und das wäre eigentlich schon das ganze Game. Kann man so sagen. Sagen. Weil. Man sieht es. 30. Jeden dritte Schuss einen Headshot. Ja. Ja. Recht schlecht. Aber ja. Das soll es gewesen sein für das Video. Mehr habe ich eigentlich nicht zeigen. Ladet euch das Teil runter. Probiert es aus. Es macht Spass. Einfach so für ein bisschen Shooter Spass zwischendurch. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass uns Follow. Lass uns Like. Drückt auf Abonnieren. Ihr kennt das ganze Social Game. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.